Wie das vernünftig funktioniert. So, liebe Leute, zurück. Noch nicht. Es ist noch zu früh, um es satt zu sagen zurück, weil wir cutten gleich nochmal. Aber ich will diesen Sprung auch einmal machen. Er macht das mit voll wenig Ansprungen so. Ich geb mir extra voll Mühe, ey. Fahr da, geh mal wieder mal zurück. Dieses Teil auch, ne? Dieser ganze Flughafen ist genauso wie im Dings. Wo fliegst du denn? Wie bist du? Hä? Ach so, ich dachte, komm mal gar nicht rein. Und das war einfach mal jetzt so ein Stunt. Ich würd mal sagen, ich cutte mal hier. Das nennen wir Stunt Nummer 4. Viel Spaß.